hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem titlegamer so heute habe ich für euch mal minecraft an der konsole an der xbox 360 und ich zeige euch mal wie man diamanten farmen kann dazu gibt es einen ganz einfach trick und zwar ihr braucht einen dispender baut irgendwo auf wo es sicher ist so hier da seht ihr dispender nehmt ihn baut ihn hin so dann sortiert euch gerade die diamanten ihr schon habt dann nehmt ihr euch einen diamanten nach dort zum dispender ganz nah links in die mitte links ist ganz wichtig dass es dorthin kommt dann braucht ihr noch ein zweitmitspieler und zwar irgendeines egal welchen dann musst ihr das abbauen dieses diamant oder den dispender die was einfach abhaut was ihr jetzt sehen werdet hier das haut er jetzt ab und dann nimmt er sich hier 64 diamanten die habe ich jetzt hier rechts hingetan hier das war es eigentlich schon im großen und ganzen da gibt es mir gerade noch meinen dispender wieder dann geht ihr auf die diamanten die ihr eben bekommen habt verdoppelt habt nehmt die drückt einfach die ganze zeit x und so könnt ihr euch nicht unendlich gemacht machen das geht auch mit allen materialien das war es auch von mir tschüss euer total gamer ich hoffe es hat euch geholfen wenn ja dann schreibt in den comments ob es euch geholfen hat ob ihr es gut findet würde mich ein abo freuen tschüss